So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon GO. Ich bin mal wieder unterwegs. Ich habe jetzt eine Stunde lang an der Brüge der Technik rumgesessen, weil ich den Raid gemacht habe. Mit sieben Accounts, dann nochmal mit sieben Accounts, dann nochmal mit sieben Accounts. Eine gelbe Runde, eine rote Runde, eine blaue Runde. Schöner ist natürlich vom Sofa aus, aber der war jetzt an der X-Raid Arena. Es gibt zwar momentan keine X-Rails, beziehungsweise ich weiß nicht, wann das Video online kommt. Vielleicht ist da schon wieder alles anders. Wir sind aber wieder unterwegs, weil wir Eier brüten. Wir haben heute wieder 9, 10er Eier am Start. Da darf ich das Sternstück nicht vergessen. Dann gucken wir mal, wie viel Staub das gibt, wie viele Bonbons das gibt, ob es ein Shiny gibt, was sonst noch dabei ist. Wir melden uns also gleich zurück. Wenn die Eier aufgehen, wie immer eine Folge vorab gedreht, irgendwann mal zum Zwischenrein quetschen. Also, bis gleich. So, die Eier gehen eigentlich auf, gerade. Ich habe auch gleich noch ein bisschen den Buddy gefüttert. Es sah eigentlich ganz cool aus mit dem Waldhintergrund. Die schöne Grünfläche dabei. Ich laufe jetzt aber mal zu unserer Surströming-Bank, wo wir damals den Surströming probiert haben. Also, einmal haben wir es ja in der Wohnung gemacht. Einmal haben wir es dann draußen gemacht. Da kann ich euch nämlich, glaube ich, abstellen. So, und dann können wir die in Ruhe aufmachen, ohne dass der Ramses in der Gegend rumfliegt. Gucken wir mal rein, was da drin ist. Das erste 10er Eier geht auf jeden Fall auf. Ich bin mal gespannt, ob wieder ein Shiny dabei ist, ob ein gutes Komala dabei ist, ob sonst was dabei ist. Ein Kastadur mit 3800 Staub, 25 Bonbons, okay, 15, 15, 12 oder 11, weiß ich immer nicht. Kastadur gab es ja auch schon im Feldforschungsdurchbruch. Ist aber, glaube ich, trotzdem unnütz und man macht nichts damit. Ein alter Bekannte natürlich, Barschwar, 3300 Staub. Das ist auf jeden Fall cool. Der Staub müsste jetzt eh schon dazugezählt sein. Da hätte man ja gucken müssen, wie viel man insgesamt dazubekommen hat. Barschwar brauche ich eigentlich nichts. Hat auch keine interessanten Werte. Können wir also direkt weitermachen. Gehen zum dritten Ei. Und ich hoffe, es stört nicht, dass ihr so schräg hängt. Das bin nicht ich, das seid ihr. Ein Absol mit 2416 Bonbons. Absol auch schon lange nicht mehr gesehen eigentlich. Ich meine, gut, in der letzten Folge auch, glaube ich, eins ausgebrütet, aber generell so früher jedem Absol-Raid hinterher gerannt. Jeden Flunkhiefer-Raid, jedem Alola-Knogger-Raid. Aber mittlerweile Absol eigentlich braucht man nicht mehr, will man nicht mehr, kann man ja auch nicht entwickeln. Ich habe das auch noch nie gesehen, dass das irgendjemand mal verwendet hat. Ein Milzer. Das ist auf jeden Fall fett. 2416 Bonbons. Jetzt kommt es da auf die Bewertung an. Da bin ich gespannt, ob das noch ein gutes ist. 14, 15, 13. Da mache ich mal ein Sternchen dran. Das sieht auf jeden Fall gut aus. Also dafür hat sich die Folge jetzt schon gelohnt. Der Dinosaurier, der Grüne mit dem Knochen durch die Nase. Und dann haben wir noch ein Kastadur, die nächste Stachelbeere. Aber 3700, gut, für den Staub nimmt man es gerne mit. Und ich weiß nicht, gibt es da einen Zusammenhang, dass wenn das Pokémon richtig schlecht ist, dass ihr mehr als Sternstaub bekommt. Und wenn das Pokémon besser ist, kriegt ihr weniger Sternstaub. Dann müsste das ja jetzt richtig schlecht sein, weil ich so viel Staub bekommen habe. Ein Wert auf 10. Okay. Ja, aber ansonsten, ich glaube, das ist einfach immer nur Zufall. Das ist aber schon ein Unterschied. Manchmal kriegt ihr halt wirklich so 1600 Staub und manchmal kriegt ihr 3800 Staub. Obwohl es beides ein Zehner-Ei ist. Da bin ich mal gespannt. Vielleicht kriegt man ja noch einen Milzer. Ein Golbert, wollte ich sagen. Ein Golbit mit 4800 Staub und 32 Bonbons, wenn ich das richtig gesehen habe. Unschlechten Werten dazu. Aber Hauptsache der Staub und die Bonbons kommen rein. Das ist eine feine Sache. Schlägt es mir auch oft vor, wenn ich Arenen machen will, weil der Kampfmoves hat und der überall drauf knallt. Und ein Riolu, noch mit 25 Bonbons, 3700 Staub. Da kenne ich die Werte leider nicht. Ich habe immer noch keinen Hunderter. Ich habe einen 98er, glaube ich, hochgezogen. Ist aber auch schlecht. Brauche ich also eigentlich auch nicht. Ist das schon das Letzte? Ich weiß es gar nicht. Wir drücken es einfach mal durch. Klick. Wenigstens nicht 10 Mal Barsch war. Auch 4800 Staub. Das ist also auch cool. Obwohl die Bewertung wieder richtig schlecht ist. Das waren, glaube ich, alle. Ne, eins ist immer noch da. Ich stelle mich jetzt aber mal hin, weil das müsste jetzt das Letzte sein. Außerdem tun mir die Füße einfach übelst weh. Komm, ein Kaumalad fehlt noch. Ein Kaumalad war noch nicht dabei in der Sendung. Ein Kaumalad wäre noch gut. Das noch reingeschnitten. Dann habe ich von jedem ein was gehabt. Nix war doppelt. Doch, bestimmt. Ich habe schon wieder alles vergessen. Was auch ab soll. Was soll das? 2516 Bonbons. Gut, das kackt ein bisschen rein. Aber vielleicht hat es ja gute Werte. Hat es aber auch nicht. Das waren jetzt aber wirklich alle. Ich will euch das nochmal zeigen hier. Wenn ich auf den Buddy gehe und wenn ich hier einen Screenshot machen müsste, wie das aussieht. Da kam ich also her. Hier ist die Suströmingbank. Da lag der tote Fisch. Dann habt ihr den Rest vom Park. Da könnt ihr hier überall lang laufen. Da ist noch ein Pokestop in der Mitte. Das denkt mal. Hier könnt ihr rein. Da der Mülleimer. Also alles wunderbar. Schöne Grünfläche. Habt ihr auch einen Stadtpark bei euch, wo ihr öfters mal durchsteppt. Wo ihr mal euch niederlasst. Eine Pause vom Alltag. Euch gönnt. Ein Bierchen trinkt vielleicht. Euch mit Freunden trefft. Wir drehen mal den Stop. Das ist nämlich hier die Luise im Schlosspark. Was da die ganze Zeit in der Mitte war. Was dann auch zugehangen war. Jetzt wieder auf ist. Vielleicht kriegt man ja schon das nächste Zehner Ei. Ne, wir kriegen gar kein Ei. Kommen wir hier noch ran. Drehen wir den mal. Und bekommen ein Fünfer Ei. Okay. Tun wir das mal rein in die Brutmaschine. Ihr seht also nochmal die Übersicht. Also Kassadur, Barschwa, Absol, Milza, Kassadur, Golbit, Riolu, Klick. Absol. Also zwei Kassadur, zwei Absol. Aber Riolu, Milza auf jeden Fall richtig coole Sache. Auch den Sternenstaub bei Klick und Golbit habe ich gefeiert. Das war es aber von meiner Seite aus. Was habt ihr aus eurem letzten Zehner Ei bekommen, was ihr gebrütet habt? Schreibt es mal in die Kommentare. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut euer Ramses. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin.